Im heutigen Video schauen wir uns das neue E-Bike Deroos Mika G genauer an. Ein E-Bike mit einem unschlagbaren Preis, welches viele Anwendungsgebiete für unter 2000 Euro abdeckt. Weiterhin hat es ein schickes Design und eine gute Ausstattung inklusive starkem Motor. Im Test entpuppt sich das E-Bike als echter Allrounder und die genauen Features schauen wir uns jetzt mal an. Die Deroos E-Bikes lassen sich grundsätzlich in drei Familien aufteilen. Wir haben das SUV E-Bike, das für Individualität und Raffinesse stehen soll, das City E-Bike, das Vielseitigkeit für Familie und den Alltag bietet und das Tracking E-Bike, welches für jedes Abenteuer gewappnet ist. Das Mika G entstammt der Kategorie Tracking und ist somit perfekt geeignet für Asphalt, steinigen oder auch losen Untergrund. Also ein typisches Trackingrad. Kommen wir zum ersten Punkt und zwar das Design. Die Farbe Moonbeam und das moderne Design geben dem E-Bike ein äußeres Erscheinungsbild, dass anderen Tracking-Bikes in nichts nachsteht. Der Rahmen ist etwas breiter, damit allerdings auch stabiler. Die Schweißnähte sind gut verarbeitet und für die Preisklasse absolut okay. Außerdem haben wir genügend Anknüpfungspunkte, wo wir unter anderem Wasserflaschen oder auch Gepäck montieren können. Apropos Gepäck, das Bike besitzt serienmäßig einen Gepäckträger. Das vordere Schutzblech liegt nah an dem Reifen an und ist schön kompakt. Allerdings muss man das Schutzblech präzise montieren, da ansonsten bei verschiedenen Untergrundflächen es doch mal etwas schleifen kann. Ein wenig mehr Spielraum wäre hier wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen. Bei guter Montage hat man hier aber keinesfalls Probleme. Was zusätzlich positiv heraussticht, ist das gute Kabelmanagement, das hauptsächlich im Rahmen verläuft. Oder aber auch der gute Kettenschutz. Kommen wir zu weiteren allgemeinen Fakten vom E-Bike. Wie bereits vorher beschrieben, ist das Rad relativ massiv und bringt dementsprechend auch ordentlich Gewicht mit sich. Ganze 29 kg wiegt es. Leicht ist das nicht, allerdings liegt das Bike dank des großen Gewichts stabil auf der Straße. Die maximale Tragfähigkeit ist mit 121 kg angegeben und ergibt mit dem eigenen Gewicht so ein Systemgewicht von ungefähr 150 kg. Zusätzlich ist der Gepäckträger mit 25 kg freigegeben. Damit ist man zusammenfassend auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. Der Gepäckträger ist von Racktime und hat ein cooles Design. Ein schicker Spanngurt sorgt dafür, dass dein Gepäck sicher verstaut werden kann. Hinten im Gepäckträger ist das Röcklicht verbaut. Die Stärke des Lichts ist äußerst zufriedenstellend. Auch vorne haben wir ein Licht und zwar einen Scheinwerfer. Dieser ist sehr hell mit 100 Lux und sogar höhenverstellbar. Das Licht wird oben links am Lenker an den Bedienknöpfen eingeschaltet. Darunter der Schaltknopf Plus und Minus aktiviert dementsprechend die Schiebehilfe. Um zwischen den Fahrdaten zu wechseln, benutzt man den Knopf ganz unten unter der Wippe. Das Display zeigt alle wichtigen Daten übersichtlich an. Dazu gehören der Akkustand, das Licht oder aber der Modus. Es gibt verschiedene Modi und zwar Eco, Tour, Sport, Turbo und Boost. Sogar ein USB-Anschluss hat das Display. Damit kann man sein Smartphone während der Fahrt aufladen. Kommen wir zum Herzstück des E-Bikes und zwar der Motor. Es ist ein aneinander 250 Watt Mittelmotor mit einem 80 Nm Drehmoment. Die Leistung des Motors ist herausragend, allerdings ist die Lautstärke auch etwas höher und damit leicht hörbar. Angetrieben wird der Motor durch einen Akku, der entnehmbar ist und 644 Wattstunden fasst. Durchschnittlich 60 Kilometer Reichweite je nach Modus sollte also machbar sein. Bei längeren Touren kann man dementsprechend einen effizienteren Modus schalten oder ganz ohne Strom fahren. Doch ohne elektrische Hilfe lässt sich das Bike problemlos fahren. Das hat ganz einfach den Grund, dass eine 9-Gang-Shimano-Schaltung verbaut ist. Die Bremsen sind die qualitativ hochwertigen hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro, die man auch von anderen herkömmlichen E-Bikes kennt. Außerdem lässt sich die Bremse leicht fassen und ist auch dementsprechend stark. Auch die Griffe sind ergonomisch und gut geformt. Platztechnisch hat man da mit seinen Händen eigentlich gar keine Probleme. Außerdem ist der komplette Lenker noch im Winkel verstellbar, sodass der Fahrkomfort ziemlich gut ist. Als wäre das nicht genug, haben wir auch noch eine Suntour Next Federgabel verbaut. Diese kann man einfach mit dem blauen Regler aktivieren und damit bekommt man nochmal 75mm extra Federweg. Hiermit sind selbst Schlaglöcher oder unebene Straßen kein Hindernis mehr für den Allrounder. Auch die Reifen sind für die Allrounder-Bedingung angepasst. Wir haben hier Schwalbe Marathon-Tracking-Reifen verbaut, die genau das richtige Profil für Off- und Onroad haben. Für weiteren Komfort sorgt der Sattel mit einer lederähnlichen Oberfläche. Zusammenfassend sieht das Bike sehr modern und edel damit aus. Als kleines Extra-Feature kann man vielleicht noch die eigene App erwähnen, denn das Bike ist sogar smart und hat eine eigene App. Hier kann man alle Funktionen des Fahrrads steuern und auf einen Überblick sehen. Ob man das allerdings wirklich benötigt, muss jeder für sich selber entscheiden. Abschließend macht das chinesische E-Bike einen hochwertigen Eindruck. Es sind zum Teil bekannte Teile verbaut, die sehr hochwertig sind. Einige Abstriche kann man allerdings eventuell im Thema Reichweite oder beim etwas lauteren Motor machen. Die Features und der niedrige Preis von unter 2000 Euro machen das E-Bike allerdings zum echten Preis-Leistungsknaller. Falls du interessiert bist an den Mika G von The Roos, dann klicke jetzt auf den Link in meiner Videobeschreibung. Dort kannst du es kaufen. Lass gerne einen Like da, abonniere meinen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst.